... Ja, und damit, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen, oder in den letzten Folgen, hatten wir uns ja so ein bisschen geärgert, wegen dem Nachbarn, dass er da den Weg versperrt hat, dass wir jetzt so einen langen Weg machen müssen und, ja, sowas nervt mich einfach. Das kennt ihr ja von mir, das wisst ihr. So, und dann haben wir festgestellt, dass unsere Crew verschwunden ist, weil sie, ja, wahrscheinlich hier Altersschwäche und so gestorben sind, weil, wie gesagt, essen können sie eigentlich nicht verstorben sein, weil, ja, die hatten ja eigentlich immer genug. Also, ich gucke ja schon, dass sie mich um meine Tierchen kümmern und so, ne, und um meine Crewmitglieder. Ja, ähm, und dann haben wir uns einen kleinen Steg gebaut, haben uns ein Floß errichtet und, ja, jetzt wird es an der Zeit, mit dem Floß loszufahren und, ähm, uns dahin zu bewegen, dass wir uns eine neue, Gott, nicht so fackeln, ähm, uns eine neue Crew besorgen. Und dann werde ich auch gleich was mitnehmen für die Brick, aber da davor müssen wir auf jeden Fall noch mal kurz los mit dem Tiersche oder mit dem Tier. Ähm, ich muss mir ja auch noch kurz den Futtersack machen, weil irgendwie hat er den beim letzten Mal nicht übernommen auf dem Floß. Ich weiß auch nicht, wieso. An sich das Floß war irgendwie verschwunden. Ich habe das jetzt gerade noch mal neu errichtet. Das passiert wohl manchmal. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder alles ist hier. Das ist schon wieder sehr mysteriös. Aber wir haben ja das Material. Ist ja jetzt nicht so, ne, dass wir es brauchen. Wir haben ja eigentlich alles, also wir sind ja immer auf sowas vorbereitet. Wir nehmen uns mal ein bisschen Fisch mit. Ein bisschen Fleisch mit. So, ist ja nicht so, dass wir es mittlerweile nicht haben, das Material, ne. Tut zwar immer noch weh, wenn man es für gewisse Dinge braucht, für die man es eigentlich nicht vorbereitet hat. Aber man lernt damit zu leben. Man spielt ja Atlas, ne. Man lernt mit diesen Dingen zu leben. So, hier schwimmt das Treibgut. Ich konnte es nur nicht festmachen, weil ein bisschen problematisch, weil hier das nicht passt vom Anker her. So. Ich habe keine Zeit, wir müssen da ein bisschen rumfahren. Können wir den hier hinstellen? Oh, komm, das passt. Das ist völlig in Ordnung, dass das hier steht. So, packen wir mal da rein. Das andere Zeug geht dann in Richtung hier Gedöns und für die Tiere. Wird die uns nicht wegsterben, weil wir dann ein bisschen unterwegs sind. Wirft halt alles so unseren allgemeinen eigentlichen Plan, so ein bisschen durch die, durch die Gegend. Aber was soll man machen, Freunde? Ja, Atlas planen ich und Atlas planen ich und an sich was planen. Hat bisher doch nie funktioniert. Und was wir dann auch noch machen, bevor wir losgehen, ist, wir kümmern uns nochmal da oben um diese, ähm, um die Wasserrohre. Und zwar hat da der liebe Eno was gesagt. Ähm, was ich dann gerne mal ausprobieren würde. Wenn man die Wasserrohre nämlich, ähm, oben drüber macht. Ich dachte eigentlich, früher hat das auch unten funktioniert, aber, ähm, ja. Wir probieren es dann einfach mal oben rüber. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz hier mit unserem lieben Bärchen los und Futter holen. Und zwar Fleisch brauchen wir. Ähm, wir bräuchten auch vielleicht noch ein bisschen Keratin und natürlich Beeren und so. springen wir hier ins Wasser und schaut mal, das sind sogar zwei Schätze noch. Ach, wie lang waren wir nicht mehr auf Schatzsuche, ne? Das wird auch so wieder, das wird auch wieder so eine Sache, ne? Wir müssen unbedingt wieder auf Schatzsuche gehen, Freunde. Mir fehlt das einfach so sehr. Aber ihr seht ja, wir kommen einfach nicht dazu. Wir kommen einfach nicht dazu. Es gibt so viel zu tun. Es gibt immer was zu tun. Dann hast du, denkst du so, jetzt. Und dann kommt wieder was Neues dazu. Einfach nur Arbeit, 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 Arbeit. Wo das Auge hinreicht. Es ist so schlimm. Es ist immer wirklich so schlimm. Wir können jetzt hier gleich bisschen hier krähen. Der ist tot. Der ist auch tot. Der auch. Okay, so. Fleisch hier für unseren Wolf nämlich noch einsammeln. Und die sagt, ich komme hier halt einfach nicht durch. Oh, die haben Nashorn. Ja, gut. Wir sind halt jemand, ne? Wir zähmen nur Tiere, die wir nicht selbst zähmen müssen. Die nehmen wir uns. Das ist mal die Frage. Komme ich hier vielleicht mit den Bären wenigstens durch? Weil Bruno, äh, Bruno ist ja heißer nicht Bruno. Hier, Bertine. Die ist ja nicht ganz so, ja, perfekt, passt. Wollte ja gerade sagen, weil die ist nicht ganz so, ähm, fett wie jetzt der Elefant oder so. Passt das immerhin. Ein paar Bären sammeln. Jetzt gar nicht so viel. Aber halt einfach ein bisschen was, dass wir ein bisschen was auf Vorrat haben für die Diersche. Mal gucken, ob wir noch irgendein Tier finden, wo wir ein bisschen Fleisch herbekommen. Hier, die haben hier ihre Bärenarmee. Da können wir mit unseren zwei nicht mithalten. Aber wir brauchen das da hinten ja auch nicht. Uns greift ja da hinten nichts an und, wie gesagt, Fleisch können wir auch so besorgen. Ist kein Problem. Hopp. So. Wunderbar. Kriegen wir den Elefanten hier? Was ist denn das für ein Level? Kriegen wir den getötet? Denk schon. Komm. Na. Komm, das kriegen wir hin. Level 7er Elefant. Es tut mir ja aber leid, sowas, aber in der Wildnis ist das nun mal so, ne? Da ist halt fressen und gefressen werden. Da wir nun mal ein paar Fleischfresser haben oder auch selbst ein bisschen Fleischfresser sind, müssen wir hier nun mal müssen wir halt nun mal auch ein paar Tierchen töten. So. Ja, völlig in Ordnung muss man kein schlechtes Gewissen haben. So ein bisschen hat man es trotzdem. Also ich habe das immer so ein bisschen. Ich kann mir auch solche Videos meistens nicht angucken, wo Tiere leiden müssen. Vor allem auch viele Haustiere, die halt unter uns Menschen leider sehr viel leiden müssen. Weil der Mensch eigentlich das größte Raubtier ist, was auf der Welt lebt. Das, ich kann mir das einfach nicht angucken. Ich finde das so schrecklich. Das tut mir so im Herzen weh. Wo ist denn das? Skorpion ist hin geflogen. Habe ich dir schon eingesteckt? Ich habe mich schon rein. Habe ich schon gefressen. Auch schon. Das tut mir einfach so im Herzen weh. Deshalb, ja, vermeide ich das eigentlich. Es ist leider, leider sehr, sehr grausam, was Tiere unter uns Menschen durchmachen müssen. Von daher, ja. Wie gesagt, der Mensch ist das größte Raubtier. In der Natur ist es halt einfach so, ne? In der freien Wildbahn, ja, da wird halt mal ein Tier gefressen oder schwer verletzt aufgrund von einem Kampf oder so und vollendet dann auch sehr schnell vielleicht. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach, ähm, es ist einfach halt so in der Natur. Ja. Aber wir Menschen, wir quälen Tiere, ja, zum Vergnügen, zum Spaß, was auch immer. Ja, uns da manchmal in den Sinn reinkommt. Und, ähm, das ist halt einfach traurig. Ja. Es ist traurig, es ist schrecklich, dass wir Menschen zu sowas fähig sind. Unsere Tiere so zu quälen. Das, ja, ist einfach sehr, sehr grausam. So. Wir sind relativ fuhlfuhl. Das bedeutet, wir hupseln mal hier runter. Oh, ab. Oh, da ist ein Pferd. Hat sich, hat sich befreit oder ist es ein neues? Wir liegen ja auch eins. Ich muss ein bisschen drauf gucken, nicht, dass mein Floß davon schwimmt. das wäre nicht so prickelnd. Oh, da ist ein Elefant runtergefallen. Guck mal. Da ist ein Elefant vom Himmel gefallen. Hallo, Herr Elefant. Sie hängeln hier etwas in meinem Schiff fest. Gut, dass mein Bär auch ein Unterwasseratmer ist, ne? So, Entschuldigung, dann musste ich kurz husten. Kommt mir so schnell nicht mehr muten, da. So einen halben Frosch im Hals. Und Fini kommt auch gerade zum Schmusen. Na, das finde ich aber schön. Na, mein Spatz? Na, Mauz? Na, Mauz? Kommst du zum Schmusen? Ja? Kommst du zum Schmusen? Das finde ich aber schön, mein Spatz. So. Ach, die Bertha. Mit der Bertha sind wir unterwegs. So, dann schnappen wir uns mal ein bisschen Fleisch statt hier. Machen uns mal relativ full. Ein bisschen Bären so, ein bisschen davon. Oh, für die Crew müssen wir ja erstmal nichts mehr besorgen. Die gibt es ja nicht mehr, die müssen wir erst besorgen. aber ist kein Problem. Ach, hallo, Herr Rabe. Oh, guck mal, wir haben noch ein bisschen was drin, aber ist nicht mehr viel, wie ihr sehen könnt. Das hole ich mal raus, alles schnell. So. So. Jetzt packen wir das nämlich alles frisch rein. Also, ihr seht, ich bin eigentlich wirklich immer sehr, sehr bemüht, ja, dass meine Tiere und hier alle nicht sterben an Hunger. ist bisher auch noch nicht passiert, aber unsere Crew ist einfach mal an Altersschwäche draufgegangen. Es ist halt auch immer so, immer wenn ich den Napf fülle für die Tiere, fülle ich natürlich auch den Napf für die Crew, also den, ne, den Schrank. Napf, das hört sich so, das hört sich einfach so falsch an, ne. Ich fülle mal den Napf für meine, für meine Crew, ne. Die brauchen ja schließlich auch was zu essen, ne. Ne, die haben einen, einen Essenschrank, wo sie drauf zugreifen können. Das klingt dann doch ein bisschen, ein bisschen freundlicher. So. So, der Napf ist soweit full, das reicht auf jeden Fall. Ein bisschen hoch vor hier. So, dann schaffe ich mir die Kacke. So, dann schnappen wir uns das hier alles erstmal. Das kommt dann alles schön hier rein, fasern das, 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 das kommt da rein, das kommt da rein, dann holen wir uns kurz ein bisschen Stroh raus. Machen hier noch den Dünger. So. Alles klar. Ist ja schön so. Ähm, jetzt wollte ich gucken, Strukturen, Rohre, Stein. Wie viel können wir machen? 21. Wir machen mal nicht so viele, wir machen mal plus acht. Wir machen mal plus acht und dann machen wir das noch eben, stellen wir das noch kurz her, also, ne, und dann gehen wir kurz hoch, gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das überlegt habe. Und dann können wir hoffentlich da oben bete und so, weil dann könnten wir nämlich noch ein paar Samen in der Stadt mitnehmen. So. Okay. So, jetzt hatte ich hier irgendwo noch, da hatte ich noch Beete. Nehmen wir mal kurz mit nach oben. können wir mal ein Schlückchen trinken. Oh, perfekt. Das funktioniert ja, Gott sei Dank, ohne Probleme. Und dann müsste das andere jetzt auch funktionieren, ja. Ich hoffe es, ich hoffe es, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich war eigentlich davon überzeugt, ähm, dass das auch von unten her funktioniert, weil ich hatte das mal so gebaut, aber, ja, es scheint nicht immer alles zu funktionieren, was früher funktioniert hat. Also gewisse Dinge sind wohl geändert worden oder, ne, immer wieder mal, ähm, anders da. Deshalb müssen wir jetzt mal schauen. ich will eigentlich nennen, Moment. Ich wollte eigentlich, irgendwie, da, ähm, Moment. Jetzt muss ich, ja, genau, so. Ich wollte da, warte mal schauen, oh ja, das funktioniert. Das Ding ist bewässert. Das ist ja super. Okay, dann können wir noch ein paar Rohre mehr herstellen, dann machen wir das ein bisschen, dass es auch gut aussieht. Ha, Ha! Ha! Oh. Bitte kein Kommentar dazu. Ich sag immer nur, die Leitern sind da wie in... Das machen irgendwann alle einfach... Die Leitern sind da manchmal wie in GTA. Da fällt man auch immer runter. Das ist, äh, ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Hm. Lassen wir das einfach mal so stehen. So. Ähm. Verlegt gerade, ob wir noch ein paar Beete herrschen. Aber eigentlich müssten die jetzt erstmal... Wir machen erstmal die hin. Die Beete, was wir jetzt haben. Und dann noch einen... Muss da oben noch einen Schrank auf jeden Fall hin. Aber es hat... Es funktioniert anscheinend. Also muss man das anscheinend doch... Ähm... Oben haben, die Rohre. Äh. Ist halt, wie es ist. Was soll man machen? Ja. Wir nehmen dazu hin. Ist völlig in Ordnung. Ist völlig okay. Könnten wir das miteinander verbinden oder nicht? Können wir das nicht. Können wir perfekt. Das hier auch. So. Ja. So. 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 Und so. 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 Ähm. Halt. Das habe ich aber so nicht gebaut. Hier. Was ist das denn für ein Pusch? Moment. So. Das hatte ich so nicht gebaut. So. Jetzt... Also. Jetzt schauen wir mal kurz. Ob das hier auch weiter so funktioniert. Sekunde. Ähm. Ha. Warum? Der hat wieder kein Wasser, ne? Der hat jetzt Wasser. Der hatte vorher kein Wasser. Aber warum? Ich bin da. Das ist echt komisch. Ich habe gerade kurz ein Leck. Das ist echt komisch, Freunde. Ich verstehe es nicht. Guck mal. Wir machen mal. So. Wir können ja eigentlich diese Wasserruche unten mal abreißen. Wir machen noch ein bisschen Materialien raus. Wie ist das denn zu viel? Wie ist das? Dann müssen wir da noch Wasserhähnchen dran machen, dass das funktioniert. Dass die Wasser bekommen. Also. Irgendwie ist das doch kaputt. Ich muss kurz gucken hier. Wasserrohr gerates abreißen. Wasserrohr abreißen. Ja. Nee, nicht großes Bild. Nee, nicht großes Bild. Gerade das Wasserrohr abreißen. Wasserrohr. Wir haben die jetzt mit oben verbunden. Können wir die nämlich abreißen. So. Und wir haben hier immer noch Wasser. Vielleicht muss ich einfach hier nochmal eine Verbindung machen. Das hat das funktioniert. Wir machen das mal so. Kurz. Und dann stellen wir mal das hier schnell hin. Oh. Aufheben. Gott sei Dank. Also das hat Wasser. Das hat auch Wasser. Das hat auch Wasser. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir machen das mal hier hin. Das hat auch kein Wasser. Muss man da hin. Muss man da hin? vorstellen, dass wir da einen Wasserhahn hinsetzen müssten, also. Ich kann mir das nicht vorstellen, Leute. Das ist... Das liegt außerhalb bei der Vorstellungskraft. Weil, ganz ehrlich, die dürften ja auch kein Wasser haben, wenn es nicht funktionieren würde. Also, was mache ich falsch? Was zum Gucken? Mach ich falsch. Ich glaube, ich muss mich da noch mal mit dem Edo kurz unterhalten, dann. Der scheint mir da ein bisschen vielleicht ein bisschen, ja, helfen zu können. Aber das mache ich nicht heute. Das mache ich nicht jetzt, jetzt machen wir einfach weiter in dem, was wir zu tun hatten. Wir haben versucht, es hat nicht funktioniert, also wir haben noch einiges zu tun. So, Dünger rein, Beete rein, Rohr rein. Denn wir müssen uns erst mal eine Grube sorgen. Das bedeutet, wir müssen mit dem Floß losdüsen. So, du kommst wieder rein. rein mit dir, wenn wir jetzt gleich unterwegs sind, dann kannst du im Hicht rausstehen bleiben. So, komm mal eben, ich hatte hier noch dieses Silo, das ist ja für die Crew. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich das hinstellen? Ähm, kann Crewsilo nicht platzieren? Muss, 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 ach, es muss auf einem, es muss auf einem, es muss auf einem, es muss auf Land stehen. Ist das richtig gelesen, verstanden? Echt, ich muss auf Land stehen. Oh ja, ähm, muss auf Land stehen, ähm, wir haben hier doch Land, aber, geht nicht. Soll das hier oben eigentlich platzieren oder so? Hier vielleicht? Das ist doch Land, hier ist doch Land. Muss auf Island platziert werden, hm? Ah, wisst ihr was? Wir machen dann einfach so ein paar Schränke hin, da müssten die ja eigentlich auch drauf zugreifen. So, wir schließen das Tor hier mal. Packen das mal wieder unten rein und dann düsen wir los mit dem Floß. in Richtung nächster Start. Alter, der Elefant, ne? Also, was tun sie hier? Machen sie mir nicht mein Boot kaputt, ne? Oder meinen Schiff kaputt? Ja, das wäre nicht so super. Dann sind sie da ein bisschen vorsichtig. Sie dürfen hier gern rumschwimmen, aber, ne? Aufpassen, danke. Und lassen sie sich nicht von den Rochen beißen unter Wasser. Hopp. So. Ähm, jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Wir sind hier. Und wir müssen, ups, ich bin schon wieder zu weit raus. Wir müssen entweder hier hin oder hier könnte auch noch eine sein. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal gucken, ähm, ob wir da eine finden auf C1. Dann würde ich nämlich jetzt nach C6 runterflitzen mit dem Floß. Weil wir sind mit dem Floß halt nicht so schnell wie mit dem Schiff. Na, mit dem Schiff kann ich's vergessen. Meinetwegen, ne? Kein Platz und so. Ähm, äh, keine, keine Crew. Ich kann nicht hin und herlaufen zwischen den zwei Segeln und dann gleich, ne? Das geht nicht. Ähm, dann fahren wir nach C6 und fahren dann von C6 nach C1. Gibt eine längere Reise. Eine auch nicht geplante Reise. Aber was wollen wir machen, Freunde? Wir können es nicht ändern. Ja, wir müssen leider nochmal wie, wie, wie die Kleinen anfangen und mit dem Floß losdüsen, um uns Crewmitglieder zu besorgen. Und genau das werden wir tun. Aber all das seht ihr in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut da rein, macht das gut. Tschüsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Vergesst nicht mehr, netzes Kommentar da zu lassen. Den Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Ich freu mich auf euch. Tüdelü, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao. Tüdelü, haut da rein.